Hier ist Felix von Team Groupie24 und hier mit meinem Trade Binder Update Ich zeige jetzt nur den neuen Trade Binder, weil beim alten hat sich nicht viel geändert Ja, ich fange mal an Wenn ihr das nicht erkennen könnt, schreibt mich an Der ist ein Ultimate, der auch Der ist Secret, die ist Rare Hat er dann hier einen kleinen Rest, wenn ich da kann Ja, ich glaube schon Dann Secret, Secret aus dem Team Secret, Ultimate Der ist Secret, der ist auch Ultimate Der ist Ultimate Der ist Common, der ist Super Der ist Secret Der ist Secret Ich stelle den Ultra Secret Secret Diesen waren es die Legendary Conduction Ja, dann noch hier einen Gold Rare Der ist Secret Und hier noch meinen Ultra Ja, das war's Wenn ihr was braucht, schreibt mich an Ja Ich lasse jetzt nicht mehr Einstieg Das sind ein